Die Akropolis in Athen ist die wohl bekannteste Vertreterin der als Akropolis bezeichneten Stadtfestungen des antiken Griechenlands. Die Athener Akropolis mit ihren bemerkenswerten Gebäuden wird deshalb oft einfach die Akropolis genannt. Den ältesten Teil der Stadt Athen ließ Perikles nach der Zerstörung durch die Perser unter Leitung des berühmten Bildhauers Phidias von den Architekten Ectinus und Calicrates sowie Amnesikles neu bebauen. Auf einem flachen 156 Meter hohen Felsen stehen die zwischen 467 v. chr. und 406 v. chr. erbauten Propylen, das Erechthein, der Nike-Tempel und der Parthenen-Tempel in dem eine Statue der Göttin Athene stand. Eine Kopie derselben steht im Archäologischen Nationalmuseum in Athen. Die Akropolis in Athen ist seit 1986 Teil des UNESCO-Weltkulturerbes. Laut Theodor Heuss ist die Akropolis neben Golgotha und dem Kapitol einer der Hügel, auf denen Europa gründet. Der griechische Staat hat aus demselben Grund die Akropolis mit dem europäischen Kulturerbesiegel ausgezeichnet. Geschichte der Akropolis Von der Festung zum Tempelbezirk Die Akropolis von Athen ist der große, der Stadtgöttin Athene geweihte Burgberg im Herzen von Athen. Siedlungsspuren weisen bis in die Jungsteinzeit zurück. In mykänischer Zeit war sie der Sitz der Könige, die Schutz- und Zwingburg der Stadt. Später im demokratischen Athen wurde sie als Sitz der Götter ausgebaut und verlor ihre Verteidigungsfunktion. Nach dem Sieg über die Perser wurde Athen als Vormacht des Attischen Seebundes ab 448 v. chr unter Pericles zum Zentrum der hellenischen Welt. Diese Macht und den damit verbundenen Reichtum wollte man auch durch Bauwerke demonstrieren, zumal die Perser bei ihrer Einnahme der Stadt 480 v. chr die Haupttempel der Akropolis aus Ach-Ascher Zeit zerstört hatten. Neugestaltung unter Pericles So wurde die Akropolis unter Pericles durch die Baumeister Ictinus, Amnesikles und Calicrates unter der Leitung des genialen Bildhauers Phidias völlig neu gestaltet. Die Propylen des Architekten Amnesikles entstanden als großartige Eingangsanlage am Kopf einer neuen Zugangsrampe. Im Nordflügel befand sich unter anderem eine Pinakothek. Der als Parthenen bekannte Athenatempel, der Haupttempel der Anlage mit dem Bildnis der Palas Athena wurde neu errichtet. Hierzu wurde der Schutt des weiter nördlich gelegenen alten Athenatempels zur Aufschüttung eines neuen gewaltigen Platos genutzt. Dieses bildete das Fundament des neuen Tempels den man bewusst aus der Achse des alten Tempels rückte, so dass man von den Propylen aus das gesamte Bauwerk mit einem Blick erfassen kann und nicht nur die eine Seite wie beim alten Tempel. Der Parthenen liegt am Kopf des alten Tempelbereiches, der heute das freie Zentrum der Anlage bildet. Hier wurden dann unter freiem Himmel die Opferhandlungen der panathenischen Festtage abgehalten. Das an der Nordseite des Hügels gelegene Errechthein ist der zweitgrößte Tempel der Anlage. Es handelt sich um ein mehreren Göttern und mythischen Helden der Stadt geweihtes komplexes Bauwerk. Die Anlage verdankt ihren Namen dem mythischen König Errechtheus, dessen Palast dort gestanden haben soll und der dort auch verehrt wurde. Im Osten beherbergte es einen Alter der Athener und das alte hölzerne Kultbild der Göttin, das im Zuge der Panathenien neu eingekleidet wurde. Nach Westen etwas tiefer gelegen befand sich der Alter des Poseidon, der den Wettstreit um die Gunst der Athener gegen die Athener verlor. Man zeigte dort auch die Spuren, die Poseidons Dreizack im Fels hinterlassen haben soll. Der wohl bekannteste Flügel des Errechtheins ist die Korenhalle auf der südlichen, dem Parsennen zugewandten Seite, wo Frauengestalten die Säulen ersetzen. In der Gruft darunter ruhen die athenischen Uranen, es wurden dort auch mehrere Götter verehrt. Heute sieht man dort einen Nachfolger. Der Nike-Tempel liegt im Westen des Burghügels südwestlich der Propylen und ist der kleinste und zierlichste Tempel der Anlage. Er wird Kalikrates zugeschrieben und wurde später als die übrige Anlage errichtet. Die Errichtung geschah nach der Regierung des Pericles und gegen dessen Wunsch. Geweiht ist er der Nike Abteros, der ungeflügelten Siegesgöttin. Alle vier Jahre fanden die Großen in den Jahren dazwischen die sogenannt kleinen panathenischen Festspiele zu Ehren der Athenastadt. Es wurden ein baulicher Rahmen und eine Bühne erstellt. Der Festzug ging quer durch die Stadt vom Dipylon, dem großen viertörmigen Stadttor im Keramaikos, über die Agora und die breite Rampe hinauf zur Akropolis, wo der Göttin ihr neues Gewand überreicht wurde. Der panathenische Festzug ist auch das Bildmotive des berühmten Parsennen Frieses. Weitere Bauten kamen in römischer Zeit hinzu, darunter der Tempel der Roma und des Augustus höstlich des Parsens. Nach den Einfällen der Herula in Athen im Jahr 267 wurde die Akropolis erneut zur Festung. Zu diesem Zweck wurden zwei Bastionen westlich der Propylen, die den Aufweg zur Akropolis flankierten, mittels einer Toranlage verbunden. Die 1852 entdeckte Toranlage aus dem fortgeschrittenen 3. Jahrhundert wird nach ihrem Ausgräber Charles Beule das Beule-Tor genannt. Für ihren Bau verwendete man unter anderem Teile des koregischen Weihgeschenks, das Nikias 320-319. V. C.H.R. auf die Akropolis gestiftet hatte. Direkt eingebunden wurde die Anlage in die neu errichtete Mauer der Unterstadt, die sogenannte Valerianische Mauer. Im 6. Jahrhundert wurde der Parsennen-Tempel mit entsprechenden baulichen Eingriffen in eine christliche Marienkirche umgewandelt. Auch im Mittelalter diente die Akropolis als Festung. Unter den Byzantinern saß dort der Provinz-Gouverneur während der Parsennen als Kirche der Jungfrau Maria die Athener Bischofskirche war. Diese Funktion erfüllte er auch nach der Eroberung durch die Kreuzfahrer im 13. Jahrhundert nur unter katholischen Vorzeichen. In jener Zeit der Frankenherrschaft dienten die Propylenen als Palast der Herzöge von Athen. Nach der Eroberung durch die Osmanen 1456 wurde der Parsennen zum Moschee umfunktioniert und ein Minerit angebaut. In den Propylenen residierte zeitweise der Stadtkommandant, das Errechtheien, zuvor eine Kirche, diente als Harem. Bis weit ins 17. Jahrhundert waren die antiken Baudenkmäler weitgehend intakt sieht man von Überbauungen ab. Die Katastrophe für die Akropolis kam 1687 mit der Belagerung durch die Venezianer unter Morosini, der wieder besseren Wissens um die Bedeutung der Bauten in Parsennen beschießen ließ. Die Explosion des dortigen türkischen Pulvermagazins beschädigte den Tempel schwer ebenso umliegende Bauten. Bereits einige Jahre vorher war ein Pulvermagazin in den Propylenen vermutlich durch Blitzschlag explodiert. 19. Jahrhundert Die Zerstörung vollendete schließlich der britische Botschafter in Konstantinopel Lord Elgin, als er ab 1801 einen Großteil des Skulpturenschmucks des Parsennen sowie eine Chore vom Errechtheien, Reliefs vom Nike-Tempel und andere Teile nach London brachte. Mit Erreichen der Unabhängigkeit Griechenlands wurde der Tempelberg zur archäologischen Städte erklärt und alle Bauten, die nicht aus der Antike stammten entfernt. Davon betroffen waren byzantinische, fränkische und osmanische Bauten sowie die durch Gemälde bekannte Moschee im Parsennen. Heutzutage wird diese Maßnahme oft als Geschichtsbeeinigung kritisiert. Allerdings wäre es anders wohl kaum möglich gewesen, viele in spätere Bauten integrierte Architektur- und Skulpturenteile zu bergen oder Ausgrabungen durchzuführen. Außerdem darf die ideologische Lage jener Zeit nicht unterschätzt werden. 20. Jahrhundert Weitere Restaurierungen fanden vor allem in den 1930er Jahren statt, wobei man in Unkenntnis der Folgen Eisenklammern verwendete, die anders als die antiken Klammern nicht vor Witterung geschützt waren. Die Korrosion schädigte den Marmor. Auch wurden Bauteile oft an der falschen Stelle eingesetzt. Um diese Fehler zu korrigieren, läuft seit den 1980er Jahren ein neues ehrgeiziges Restaurierungsprogramm. Fertig gestellt ist bislang nur das Errechtein. Der Nike-Tempel befindet sich nach Sicherung der Fundamente im Wiederaufbau, während sich die Arbeiten an den Propylen und am Parsennen noch hinziehen. Die einzelnen Platten der Wege sind wie Spolien gestaltet und lassen sich als langes begehbares Kunstwerk lesen. 21. Schließlich entstand am Fuße der Akropolis das von Bernhard Schumi entworfene neue Akropolis-Museum, mit dem Athen unter anderem seiner Forderung nach Rückgabe der Parsennen-Skulpturen aus London Nachdruck verleihen will. Das alte Museum auf dem Burgberg wurde geschlossen und soll entweder für Grabungen abgerissen werden oder eine Ausstellung zur Geschichte der Akropolis und der archäologischen Grabungen dort sowie ein Café aufnehmen. Die Teile des Parsennen-Frieses im bisherigen Museum wurden ab Oktober 2007 in das neue Museum transportiert. Der Lippenblütler Micromeria Acropolitana war auf der Akropolis heimisch und wurde für über 100 Jahre für ausgestorben gehalten. 2009 wurde ein Exemplar von Grigorios Zaunis, einem griechischen Biologen, und seinem 17-jährigen Sohn bei einem Spaziergang auf dem Felsen wiederentdeckt und von der Botanik in Ketan eindeutig identifiziert. 2011 wurden mit einem Meteorologie-Ballon 2250 hoch aufgelöste Fotos von der Mauer der Akropolis gemacht, um festzustellen, ob es Risse gibt. Dabei wurden fünf Friessteile des Parsennen entdeckt, die nach 1687 in die Südmauer verbaut worden waren. Die Metopen sollen geborgen und zu den anderen Friessteilen in das Akropolis-Museum gebracht werden. Bauwerke Parthen Der alte Athena-Tempel Erechtheien Statue der Athena Promarchus Propyläen Nike-Tempel Eleus-Innen Heiligtum der Artemis-Braurunia oder Brauer-Wanien Chokotheke Pandrosain Arephurion Altar der Athena Heiligtum des Seus-Puläus Heiligtum des Pandion Odeon des Herots-Atticus Stoar des Eumenes Heiligtum des Asklepios Dionysus-Theater Odeon des Pericles Teminus des Dionysans Aglauein Ku Klang Erechtheien Vielen Dank.